Ja, da stehen wir nun. Es ist 8 Uhr Mittwoch, der 6. Juni und wir warten auf unseren Bus. Na, da kommt er ja auch schon um die Ecke jetzt raus, dann können wir auch gleich losfahren. Wir haben unser erstes Ziel erreicht, die F60, eine Abraumvorderbrücke, die die größte der Welt ist. Sie hat eine Länge von 600 Meter. Der Eiffelturm hat nur 324 Meter Höhe, also ganz schön größer. Von 1989 bis 1991 wurde das Teil gebaut. Ja, 11.000 Tonnen Stahl haben sie gebraucht, um den Koller hinzustellen. Und die Anlage hat dafür dann 29.000 Kubikmeter Abraum geschafft. In einer Stunde. Ganz schön, ne? Tja, und dafür ist er aber dann nur 10 Monate gelaufen. Von 1991 bis 1992. Unsere Heidi Ramel hat für Frühstück gesorgt. Jetzt ist er auch ein изменiges Mal. Wir machen das nur, was wir hier haben. Wir machen das nicht ganz gut. Wir können jetzt auch gehen. Wir machen das nicht so gut, ganz schön. Wir machen das nicht so gut. Wir machen das nicht so gut. Wir machen das nicht. Wir machen das nicht. Wir machen das nicht so gut. Hier sehen wir Rolf, der seine Kamera scharf macht. Hier sind wir jetzt 80 Meter über dem Grund und hat einen fantastischen Ausblick über die Traurungsgebiete und den Bergheiler See. Hinter uns über die Querförderer. Im Vordergrund sehen wir ein kleines Solarkraftwerk. Unser Führer bringt uns die Anlage näher. Unser Führer ist ein kleines Solarkraftwerk. Unser Führer ist ein kleines Solarkraftwerk. Wir müssen weiter. Auf uns wartet der Spargelhof in Saalgas, wo wir Mittag essen wollen. Da soll die Spargel satt gehen. Die Spargel nicht so sehr mögen. Viel Zeit zum Besichtchen blieb nicht. Einfach Zeitmarbeit. Der Hof ist 15 Hektar groß. Zwei Hektar davon werden mit Erdbeeren bepflanzt. Und im Sommer werden bis zu 200 Arbeitskräfte dort bestanden. Aber zum Besichtchen hatten wir eben nicht mehr. Und dort ging es zum Seehotel in Groß Greschen. Kaffee trinken und Kuchen futtern. Ja, und das Fenchermüseum besuchen. Leider war es so dunkel. Filmaufnahmen waren da nicht möglich. Aber ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Das Fenchermüseum ging es nach Lauchammer zum Kunstgurzmuseum. Im Schaudepot konnten wir Modelle aus Gips und Metall besichtigen. Jede Menge Porträtköpfe und Figuren waren zu sehen. War ein bisschen eng zum Film. War ein bisschen dunkel. Aber das lässt sich ja doch allerhand erkennen. Hier zum Abschluss eine Büste des alten Fritz. Ja, das war es dann auch schön. Jetzt machten wir uns wieder auf dem Weg nach Woltersdorf und verabschieden uns von euch. Tschüss. 1 200